Hallo und herzlich willkommen zum 36. Internationalen Dokumentarfilm-Festival München, DOCFEST München at Home 2021, die Online-Ausgabe des diesjährigen DOCFestes. Ja, wir haben ein wunderschönes Ambiente für unser Studio bekommen, das ist der Silbersaal im Deutschen Theater in München. Normalerweise finden sowohl im Silbersaal als auch im Deutschen Theater wunderbare Kulturveranstaltungen statt. Unter anderem auch Filme laufen vom DOCFEST, alles momentan nicht möglich. So haben wir wenigstens jetzt einen schönen Rahmen für unsere Filmgespräche. Wir freuen uns sehr, in unserer Reihe DOC Deutsch Ihnen den Film zu präsentieren, Amazonen einer Großstadt von Theis, Odermatt. Ja, und der Film hat hier die internationale Premiere. Er wurde in der Schweiz auch schon ausgezeichnet als bester Film im Studenten Award. Ich begrüße nun ganz herzlich die Regisseurin des Films, hallo herzlich willkommen, Theis Odermatt, hallo. Und herzlich willkommen die Produzentin Sophie Arendt, hallo. Hallo. Ja, in deinem Film bekommen wir ja wunderbare Einblicke, auch in deine Kindheit, mit deinem selbst gebastelten Pferd und lauter so Sachen. Und da erzählst du auch, dass du schon immer eine Kämpferin warst und sein möchtest gegen Ungerechtigkeiten. War das auch so ein Auslöser für diesen Film, die Grundidee für diesen Film Amazonen einer Großstadt? Ich glaube, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen das Wesen von mir, dass ich so irgendwie so ein bisschen impulsiv und kämpferisch war, auch ein bisschen meine Erziehung von meinen Eltern. Das war sehr, eigentlich zu dieser Zeit auch schon sehr offen. Und meine Mutter hat gearbeitet und Politik gemacht. Und ja, also ich bin so ein bisschen aufgewachsen und war eben auch ein bisschen kämpferisch unterwegs. Aber ich glaube, der Hauptgrund, dass ich diesen Film machen wollte, war schon, dass ich irgendwie, das war 2016 hatte ich die Idee und da habe ich so gemerkt, es war so viel in der Luft, es war so sehr explosiv, dass da irgendetwas einfach wirklich noch nicht gut ist mit dieser Gleichberechtigung. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich einen Beitrag machen? Und ich habe mir einfach gedacht, ja, ich muss wie Vorbilder zeigen, also starke Frauen. Das war auch ein bisschen sogar ein egoistischer Wunsch für mich selber. Ich will starke Frauen sehen und mich mit diesen auseinandersetzen. Schon sind wir bei deinen drei wunderbaren Protagonistinnen. Im Film kommt dann diese Lift-Szene und du sagst dann im Off-Ton, und ich habe sie nicht im Fahrstuhl gefunden. Ja, wo hast du sie denn gefunden? Und vor allen Dingen, wie hast du eigentlich gesucht? Nach was hast du konkret gesucht? Ja, also vielleicht das Erste, so eine, was ich konkret gesucht habe, ist wirklich eigentlich so moderne Amazonen. Und das ist, hat sich dann auch sehr schnell herausgestellt, dass das wahnsinnig schwierig ist. Das ist so ein großer Begriff. Und dann, wie ich dann konkreter gesucht habe, ich weiß auch nicht, ich liess mich so ein bisschen, sagen wir so treiben. Ich habe mich so bei Freunden herumgefragt, was für sie eine, und Freundinnen, was für sie eine Amazone ist. Ich habe mir selber lange überlegt, was für mich eine Amazone ist, eine moderne Amazone. Und da habe ich mit diversen Frauen getroffen. Und dann gab es irgendwie diese Reigen von diesen drei Protagonistinnen. Und es war in Solothurn beim Gespräch, hat die Moderatorin gesagt, sie habe die Definition von Amazonen gelesen. Und da steht die Streitige, die Kämpferische und die, ach das Dritte, Kämpferisch, Streiterisch und Kriegerisch. Das ist wie so Adjektive von Amazonen sind. Und schlussendlich habe ich das Gefühl, dass ich wie das wirklich gefunden habe mit diesen drei Protagonistinnen. Sophie, wann bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Und was hat dich dann bei diesem Projekt so gereizt, als Produzentin mitzumachen? Ich habe teils, bei irgendeinem Filmfestival, haben wir uns, glaube ich, auf irgendeiner Party getroffen und hat teils halt mir von ihrer Idee erzählt. Und mir hat sofort irgendwie ihre Energie vor allen Dingen gefallen, die sie hatte, als sie irgendwie über diese Idee und über, ja, mich hat auch dieser Amazonenbegriff irgendwie interessiert. Was bedeutet das eigentlich, sich damit auseinandersetzen? Was ist denn eine moderne Amazone? Und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell beschlossen, das zusammen zu machen. Das war Ende 2016 oder so, glaube ich, angefangen zu sprechen. Und genau, 2017 haben wir dann angefangen, den Film auch zu drehen. Aber das ging dann relativ schnell. Hat dieser Film, dieses Beschäftigen, sollen wir Frauen mehr kämpferisch sein, Amazone, wir sind zu wenig kämpferisch, wir Frauen, hat das was verändert, diese Beschäftigung mit diesen Frauen, mit dem Begriff Amazonen, diesen Film zu machen, hat das was bei euch verändert? Mutiger zum Beispiel, rausgehen? Ja, also bei mir hat das auf jeden Fall etwas verändert. Auch so einfach dieses, was ich so gemerkt habe, und ich glaube auch, das war so auch wie ein Prozess, dass ich so gemerkt habe, dass so viel positive Energie von diesen Protagonistinnen auskommt, wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Film gemacht haben, dass das wie, und es war aber auch sehr, sehr anstrengend alles, und man musste sich als Regie oder als Produzentin oder auch vieles erarbeiten oder fast ein bisschen erkämpfen. Ich bin auch in dieser Zeit noch Mutter geworden und ich glaube, dass dieser ganze Prozess mit den Ups und Downs, das hat mich, ich glaube, mich hat das schon irgendwie sehr gestärkt auf verschiedenen Ebenen, ja. Und dass ich jetzt auch, ich glaube, ich habe auch eben so eine positive Kraft entwickeln können, dass es einfach so, dass es irgendwie weitergeht, ja. Und das habe ich anhand auch von diesen wunderbaren, also unseren Protagonistinnen gemerkt, weil die müssen auch immer weiter, und das ist sicher vorbildlich für mich auch, ja. Und Sophie, bei dir? Ja, mir geht es auch so, dass mich besonders diese drei Protagonisten und am Ende ja eigentlich irgendwie auch Thais uns so reingelassen haben und so berichtet haben von ihren vielen kleinen Kämpfen und seitdem gehe ich irgendwie schon auch durch die Welt und denke so, wow, das haben wir halt irgendwie alle und dass wir so viele kleine Kämpfe haben, die am Ende aber irgendwie so was Großes ergeben und irgendwie was verändern und sowas. Und ich glaube, ja, das hat mir der Prozess und irgendwie auch dieses so dranbleiben und etwas durchsetzen und eben bis zum Ende für etwas kämpfen, weil es war auch schon ein kleiner Kampf, auf jeden Fall diesen Film zu machen, an verschiedenen Enden. Aber genau, irgendwie so, ja, das dranbleiben und dass es sich am Ende lohnt, für das einzustehen und so, wann man glaubt. Thais, du hattest auch erwähnt jetzt mit der Geburt und dann kommt dir auch so eine wunderbare Szene vor mit Xylophonspielerinnen und Frauen und Geburtswehen, Geburtsschreie, Geburt. Was wolltest du konkret mit diesen Schnitten immer erreichen oder dieses Darstellen der Geburt und diese Musik? Ich glaube, das ist so intuitiv, also diese Schnittsequenz ist so intuitiv eigentlich entstanden. Ich habe, weil ich wusste, dass die Geburt echt thematisiert werden muss im Film und ich habe dann wie im Internet, meine Tochter war da noch nicht ein Jahr alt, habe ich im Internet solche Videos gesucht, um die Geburt darzustellen. Dann bin ich auf diese YouTube-Filme gekommen, die so ein richtiges Muster haben, wie Frauen ihre Geburt dokumentieren. Und ich war da, ich weiß auch nicht, ob es ein bisschen eine Verarbeitung war von der Geburt meiner Tochter. Ich habe jedenfalls diese Videos angeschaut und habe diese Teile rausgenommen. Und dann hatte ich aber irgendwie auch das Gefühl, es ist so fast wie ein Lied und habe dann, also ich kann es nicht mal mehr sagen wie, aber ich fand dann irgendwie, eine Geburt ist ja nicht nur schreiend, sondern es hat auch so sehr etwas erfreut. Und diese Frauen mit diesem Xilophon, habe ich dann wie, ich weiß nicht mehr wie oder wann, das ist dann so wie in einem Rauschen, stand das so zusammengesetzt. Und dann weiß ich noch, ich wollte, ich hatte das nicht mal im Film drin und dann war Sophie bei mir in der Schweiz auch besucht, habe ich schon in der Schweiz gekostet, ach so, hey, Sophie, ich habe das noch geschnitten. Und sie war dann wirklich, hat gesagt, nimm das doch rein. Und jetzt bin ich eigentlich mega froh, weil irgendwie es ist so, ich glaube, vielleicht ist das so ein Gefühl, das ich hatte, oder das ich vielleicht auch auf andere bezeichne, das kann ich ja nicht genau beurteilen, aber so diese Geburt darzustellen, was das heißt für eine Frau. Jetzt heißt dein Film ja Amazonen einer Großstadt, ist durch den Großstadtdschungel, gibt es dadurch mehr Kämpferinnen oder ist es notwendiger? Oder war es einfach, du hast jetzt in Berlin auch studiert, hast dadurch die Protagonistinnen in Berlin gefunden, ist es nicht zwingend, dass man nur in der Großstadt die Amazonen trifft? Oder sich die da weiterentwickeln? Nein, ich glaube, die entwickeln sich überall. Ich glaube, seit einigen Jahren ist es wirklich so eine sehr positive Veränderung, auch wieder in der Gleichberechtigung. Und ich sehe auch, dass auch in kleinen Städten oder zum Beispiel auch in der Schweiz, wo ich jetzt wieder wohne, dass da sehr tolle Frauen da sind, die kämpfen, die einstehen für ihre Rechte. und das beflügelt mich extrem, dass da etwas geht, weil ich erinnere mich, als ich so irgendwie 20 war, da war das schon noch anders. Also da war man als Frau, hat man einfach, ja, ich war schon Feministin, aber man konnte das wie nicht so leben wie jetzt in Wien. Auch vor anderen kleinen Städten. Oder ist es auch mit dem Alter, dass man dann auch mutiger wird, kämpferischer und sagt, so, jetzt reicht es. Ja, sicher. Aber ich merke jetzt auch mit einer riesigen Freude, dass jetzt wirklich auch hier in der Schweiz, aber auch natürlich in Deutschland, dass auch wirklich junge Frauen schon viel selbstbewusster sind und sagen, hey, nein, nicht so mit mir. Und ich glaube, das ist so einfach ein Weg mit dieser Sensibilisierung, die von überall kommt, von Berichterstattung, von Filmen, dass es da eine Veränderung gibt. Schön in deinem Film finde ich ja auch, wenn diese Frauengang aufmarschiert. Da hast du ja so zwischen, das hat ein bisschen, ja, so die Gang, die kommt jetzt zwischen den Schluchten der Häuser. Das ist auch so ein bisschen ein Filmzitat. Ja? Also wie Filmzitat? Ja, das erinnert mich so an Gangs von New York und so. Aha, so. Ja, genau. Das finde ich aber toll. Ja, natürlich. Das ist schon ein bisschen so diese Wucht vom Kollektiv. Und es ist einfach lustig, eine Freundin, die hat den Film gesehen, am Solothurn, also auch online, und sie hat mit ihm gesagt, ah, hat sie mir geschrieben, ich hätte jetzt mega Lust, eine Gang zu machen, eine Girl Gang. Genau. Und das hat durchgefunden, ah, cool, das wollte ich irgendwie schon ein bisschen, diese Kollektivitäten sind wie stark und eben so, diese Gangmäßige, ja. Ja, genau. Und es trallt auch diese Szene aus, wie die so aufmarschieren und so, das finde ich total super. Genau. Ich hatte mich vorher nie mit MMA, MMA, mit dem Sport beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, habe dann recherchiert. Den gab es ja wohl in der Antike auch schon. Das ist ja schon eine sehr, brutale Angelegenheit. Ist das auch eine Form von Ausdruck, körperlicher Ausdruck, stark werden, damit man Kämpferin wird? Sophie, was denkst du? Also, naja, also Marina sucht sich das ja aus. Also für sie ist das ja ihre Art zu kämpfen, dass sie so ihren Körper irgendwie stehlert und den einsetzt. Und das ist ja auch das, was Theis und uns dann irgendwie an ihr interessiert hat in dem Film. Wie sieht das denn aus, wenn man den Körper zur Waffe macht sozusagen und den benutzt, um sich auszudrücken auch. Das ist ja ihre Form von irgendwie Ausdruck und Befreiung und Kampf. Und ja, es ist sehr, sehr gewalttätig. Aber es war sogar für uns auch manchmal schwierig, bei den Dreharbeiten dazuzugucken. Auf jeden Fall. Es war echt nicht ohne, wenn man so live dabei ist, dann und das auch noch hört und natürlich ja auch so für sie irgendwie mitfiebert. Also ich war da super, super nervös und aufgeregt. Und wir waren auch bei einem Kampf dabei, wo es danach, da war super viel Blut auch in dem Ring, das heißt aber nicht, Cage, genau, und Cage heißt es beim MMA. Und so. Also es war sehr beeindruckend, aber es findet ja irgendwie in einem Rahmen statt mit Regeln und so. Von daher hat das irgendwie, finde ich, auch eine Art von Berechtigung. Ja. Ja, also mich hat einfach auch dieses, diese, was mich sehr interessiert hat, dass es halt, wie eben eine Amazone ist, auch eine Kämpferin und halt zu sehen, wie auch Frauen körperlich und das finde ich schon eigentlich interessant auch zu sehen. Ja, und natürlich auch die Frage, wieso, wieso, aber warum, dass man überhaupt, also sei es Mann oder Frau, diese Lust oder dieses Muss verspürt, mit dem Körper zu kämpfen, und das hat mich sehr fasziniert, dieser Frage nachzugehen. Sind eigentlich Frauen und Männer da bei dieser Sportart gleichberechtigt? Also oft ist es ja so, dass Männer dann so gucken, ja, Frauen machen das jetzt auch und so, bei anderen Sportarten, aber da hatte ich das Gefühl, da ist so ein, da guckt man nicht so. Da ist man gleichwertiger. Also wie jetzt, also man kämpft ja nicht eigentlich gegeneinander, so, oder nur im Training, also Mann-Frau. genau. Aber so im, ich würde jetzt mal sagen, also so, wie ich diese ganze Ambience erlebt habe, unter den Kämpfer und Kämpferinnen, fand ich schon, dass da sehr gleichberechtigt war, also die, die haben sich auch, Marina hat mit, mit, mit Männern und Frauen trainiert und ich fand das eigentlich sehr eine schöne Ambience. Ja, ich glaube, es ist nur, der Unterschied ist dann das Professionelle, dass es für Frauen viel weniger Möglichkeiten gibt, diesen Sport professionell auszuüben, das heißt auch damit Geld zu verdienen und so, da ist glaube ich schon noch was im Argen oder, also Marina hat ja auch so Probleme überhaupt eine Gegnerin zu finden und das irgendwie einfach noch nicht so verbreitet ist und auch angeboten wird vielleicht für Frauen diese Möglichkeit, überhaupt den Sport auszuüben. Bei Silan sieht man eigentlich jetzt so, sie hat ein Kind, sie lebt ein, sagen wir mal, ein bürgerliches Leben, hat aber wirklich eine ganz krasse Jugend hinter sich. Wollte sie sich mit diesem Film auch noch mal stellen, ihrer Vergangenheit oder war das auch sehr schmerzhaft, das noch mal aufzuerzählen, auch die Ausschnitte zu sehen, dass sie Kämpferin war als junges Mädel eigentlich? Also, ich glaube, Silan wollte sich nicht noch stehlen oder irgendwas mit diesem Film, sondern es war eigentlich eher so, dass ich, ich habe Silans, ich wollte unbedingt eine kurdische Widerstandskämpferin oder ehemalige kurdische Widerstandskämpferin im Film haben und habe dementsprechend sehr lange gesucht und als ich Silan kennenlernte, wollte ich sie im Film haben unbedingt. und sie wollte ich nicht unbedingt. Also, man konnte dann auch nicht wegen verschiedenen Sachen, also Einbürgerungsverfahren, das noch lief und ich war, und für mich war das so Liebe auf den ersten Blick und ja, das ist, für sie, glaube ich, ist das nicht, war das dann wirklich so, weil wir so lange sie immer wieder gebeten haben und gefragt haben, war das, glaube ich, eher, sie hat mir gesagt, ich mache nur in vielen mit, weil du so lange dafür gekämpft hast oder wir. und ich glaube, Silan hat wirklich sehr Dramatisches erlebt und Traumatisches auch und sie ist aber so eine starke Frau und kann über das sprechen und das hat mich auch sehr beeindruckt, wie viele Gefühle sie auch hat und wie sie mit ihrer Vergangenheit umgehen kann, das auch verarbeitet hat zum Teil und ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Haben sich die drei Frauen, deine Hauptprotagonistinnen eigentlich mal kennengelernt? Waren die neugierig aufeinander? Sie waren, also ich muss sagen, sie haben sich noch, also Silan und Marien hat sich einmal kurz gesehen bei einem Dreh, aber da, da war das was so kalt, also bei diesem Dreh auf dem Berg oben und Sarah war aber dort nicht dabei und also eigentlich würde ich sagen, sie haben sich eigentlich noch nicht gesehen und das ist eigentlich wirklich ein bisschen traurig auch, aber das ist wegen Covid, weil wir wollten ja dann auch eine Premiere feiern und ich habe so schöne Gedanken, wie auch mich nochmal bei ihnen bedanken zu können und dass sie sich auch kennenlernen und ach und ja und das war jetzt bis jetzt einfach noch nicht möglich. aber sie haben alle schon den Film gesehen und kennen sich so aus dem Film. Ich finde es auch ganz klasse, dass am Anfang ist das ja eine sehr stille Kämpferin, die die Nazi-Parolen wegmacht, drauf Graffiti macht und so, dass du auch diesen Teil von Kämpfen zeigst. Du musst nicht immer prarial sein, um viel zu erreichen oder zumindest ein bisschen was zu erreichen und auch sein Statement zu zeigen. Ja, es gibt ja, also ich finde, es gibt sehr verschiedene Arten von Kämpfen und da ist der stille und friedliche Kampf finde ich sehr wichtig oder wäre eigentlich der wichtigste so, wenn es geht. Ist sie dir eigentlich in Berlin zufällig aufgefallen oder hat sie dir jemand empfohlen? Da, guck mal, oder wie bist du zu ihr gekommen? Ich habe da auch eine Freundin in Berlin das erzählt und sie hat gesagt, es gäbe gerade im historischen, Deutschen Historischen Museum in Berlin eine Ausstellung zu Plakaten oder irgendwie so etwas und dort sei wie ein Teil von Wermela ausgestellt von ihrer Arbeit und dann habe ich über das Museum so diesen Kontakt hergestellt und so bin ich zu ihr gekommen, ja. Aber sie ist schon ziemlich bekannt, also medial, ja. auf der ganzen Welt. Sie hat ja dann auch im Film Ärger mit der Polizei, das hast du ja dann trotzdem schön heimlich gefilmt, musste sie auch schon vor Gericht, hat sie schon einen Haufen Busen zahlen müssen? Sie, es war gerade ein, sie bekommt immer wieder Briefe und einmal, es war ein Gerichtsverfahren am Laufen während dieser Zeit. Gegen sie, ja. Ja, vielen Dank für diesen wirklich tollen Film. Wir Frauen, ja, machen uns Mut, wir machen uns gegenseitig Mut, wir stehen füreinander ein, wir sind die neue Frauen-Gang, gedanklich, auch wenn wir jetzt virtuell nur sind und Social Distance, wir bleiben dran, vielen Dank dafür. Vielen Dank euch beiden, alles Gute für die Zukunft und wenn Ihnen dieser großartige Film gut gefallen hat, dann dürfen Sie gerne abstimmen, er ist nämlich auch nominiert für den Publikumspreis, der auch in diesem Jahr wieder dankenswerterweise gestiftet ist, von BR und 3SAT. Ja, unser Festival läuft noch und wir freuen uns, wenn Sie auch andere Filme noch angucken. Tschüss!